ja halli hallo hallöchen meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu folge 4 des minecraft let's plays es ist heute so es ist timer ich darf den timer nicht wieder vergessen so wie die letzten paar male es ist heute so dass ich das erste mal tagsüber aufnehmen ja es ist gerade hell draußen deswegen klinge ich nicht als würde ich gleich einschlafen oder ich versuche zumindest dauerhaft durchzuhalten dass ich nicht so klinge ist toll ich bin nach der letzten aufnahme also nach der letzten folge bin ich direkt aus dem aus der welt rausgegangen und somit ist das zeug hier nicht weitergewachsen und das sieht man jetzt auch was scheiße ist da wir bald nichts versetzen haben das zucker raus auch nicht gewachsen ich habe mich immer noch nicht für den textspec entschieden und ich höre ich hoffe man hört das spiel nicht mehr rund zu laut denn ich habe jetzt gerade keine kopfhörer angeschlossen weil ich wenn ich kopfhörer auf habe ich mich nicht selbst höre das ist doof ich gucke jetzt mal ob das so geht wenn das so geht wenn man das also nicht allzu stark hört im hintergrund vom mikrofon dann werde ich das glaube ich so lassen egal ja was machen wir diese folge ich glaube diese folge ne ment ist immer drauf diese folge ist wieder mit 60 fps weil ich will euch das ersparen dass die augenkrebs kriegt ich selbst denke mal alter was ist das für ein scheiß computer den er da hat wenn er mit 30 fps hochlädt weil ich habe mich selbst inzwischen ich habe früher auf dem scheiß notebook gespielt und jetzt zwischen spiele ich auf dem scheiß rechner nein auf einem relativ guten rechner und es ist so dass ich mich zwischen so an die 60 fps gewöhnt habe sowohl jetzt in anderen youtube videos als auch persönlich zum zocken und da habe ich mich dazu entschieden dass ich jetzt wieder mit 60 fps aufnehmen werde und das dann auch mit 60 fps hochladen werde weil es auch einfach für die zuschauer um einiges schöner ist als wenn sie da jetzt die scheiße die ich hier fabriziere diese verplant diese verplante kacke in 30 fps gucken müssen das möchte ich ja nicht zumuten weil ich weiß wie scheiße das ist und ich gucke mir auch selbst kaum noch videos an die 30 fps sind und wenn ich es auf 60 fps hochschalten kann bei youtube dann schaltet die definitiv auf 60 fps hoch knarzt ich brauche dringend einen neuen stuhl mein stuhl knarzt wie sonst was ja was wir noch diese folge machen werden ist oder ist noch ein setzling setzling komm her was wir noch diese folge machen wir setzlinge und Apfel erstmal den Apfel essen was wir noch machen ist da ich sonst glaube ich gar nicht vorankomme werde ich jetzt erstmal gerade ganz schnell hier das dach fertig bauen so ähm ich bin schwer zweieinhalb minuten rum äh äh aua und da ist noch lampfleisch ähm wo war ich bei genau ich wollte ein bisschen ein bisschen erde abbauen damit wir das dabei halt mal zusammen zubauen können jetzt zumindest zum teil und damit wir das alles auf einer breite haben werde ich jetzt mal festlegen wie breit wir das machen weil dann können wir das nicht richtig schön ich sollte auch mal anfangen mit dem dach nach scheiß drauf scheiß drauf dächer werden total überbewertet eins zwei drei vier wasser eins zwei drei vier machen wir erstmal zwei breit oder ich glaube zwei breit ist erstmal ganz in ordnung die restliche erde klatschen wir jetzt mal hier rein so und dann bauen wir das hier mal gerade wieder passend ich habe eh gerade wieder scheiße gebaut wie mir gerade auffällt eins zwei drei vier eins zwei das sind vier fünf sechs sieben so so tief werden die felder ich werde das hier undefinitiv nicht alles ausfüllen weil das mich viel zu viel erde kostet für mich und von daher werde ich jetzt mal dieses fleisch hier essen da ist ein zombie ich glaube wir spielen auf normal von daher ist es ganz in ordnung dass er jetzt ein zombie ist nein schön aufs feld gefallen toll zwei skelette nach du kacke und eine spinne ach du scheiße creeper ich glaube das hat man gerade gehört im hintergrund hier fahren wieder irgendwelche spasten mit ihren bmws über die den busbahnhof was ziemlich scheiße ist weil nämlich meine aufnahme steuern die huren söhne entschuldigung ähm ja wo war ich jetzt gerade ich habe total farben verloren toll toll gemacht äh ich habe keine ahnung wo ich war da ist warum ist ein creeper in unserem haus geh weg geh weg geh weg ah so genau ich habe keine ahnung was ich machen wollte doch ich wollte schlafen gehen wenn wir wieder tag haben und wenn wir nicht dieses scheiße hier in unserem haus haben so ähm wir bauen jetzt als nächstes bauen wir jetzt erstmal das dach weil wir werden immer noch kein dach haben und das jetzt irgendwie nicht so positiv ist auf das was da kommt ich überlege gerade ob wir ein comicstone dach bauen oder eins mit äh steinziegeln ah hier ist noch noch eichenholz was mir sehr positiv zu sinne kommt zu gute kommt ähm ja ich bin jetzt langsam so dabei dass ich sehe dass die views auch was bringen also alle videos haben jetzt schon zwei wie äh zwei views zumindest Folge 1 und Folge 3 Folge 2 witzigerweise habe ich Folge 2 überhaupt veröffentlicht ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ich Folge 2 überhaupt schon veröffentlicht habe denn diese Folge hat immer noch kein View während die anderen beiden Folgen schon zwei Views haben was mich jetzt gerade ein bisschen verwundert und ich mir jetzt gerade echt die Frage stelle hab ich die überhaupt auf öffentlich gestellt ich bin mir gerade echt nicht sicher das müsste ich gleich nachgucken nach der Folge ich hab Alzheimer nein hab ich nicht egal es kommt mir teilweise so vor ich sitze hier wie so ein blöd grinsender Affe vorm Rechner Moment ich bin teilweise ein blöd grinsender Affe aber darauf kommt es jetzt nicht an und ich soll jetzt vielleicht auch mal langsam anfangen folgen auch auf Facebook zu posten auch wenn da noch keiner geliked hat diese Seite egal ähm nein Spaß ah doch ich glaube einer ähm wir bauen jetzt glaube ich dann doch normales Cobblestone Dach weil mir das andere einfach zu stressig wird das jetzt zu bauen und wir bauen das auch so im Kreis deswegen ah so 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 Platte stehen geblieben so 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 nein auf damit hören auf damit hören ja ich bin schon echt eine Intelligenzbestie bitte sagt einfach nichts ich weiß dass ich doof bin im Kopf das muss man mir nicht auch noch sagen ähm ich hab immer noch keine Ahnung was man noch so machen könnte also als Let's Play weil ihr schreibt auch irgendwie keine Kommentare ihr schreibt auch irgendwie keine Kommentare ne wir auch wenn keiner das Video guckt ähm es ist halt so anfangs brauche ich nicht wirklich auch Kommentare eingehen weil da einfach keine sind es gibt keine Kommentare da da sind keine Kommentare ja Entschuldigung ähm nein am Anfang sind halt einfach keine Kommentare da dann kann ich auch auf keine eingehen ähm was aber noch nicht allzu schlimm ist ne ich verstehe dass noch keiner da ist der Kommentare schreiben kann weil eben keiner da ist der Kommentare schreiben kann so das war jetzt echt ein komischer Satz ähm Grafikkarte ich brauche noch eine neue Grafikkarte die mir gerade einfällt weil die ich jetzt habe eben die wo steht es da die 750 Ti die reicht nicht aus um manche Spiele zu spielen und ich will zum Beispiel auch mal so etwas neuere Spiele spielen und eben nicht nur Minecraft mit 60 FPS Hust Hust ähm ja nein also von daher brauche ich noch irgendwann nochmal eine neue Grafikkarte ich dachte die 970 Ti wenn das die war die ich meine ich weiß es nicht Alzheimer und so ähm ja nein doch vielleicht oh es hat gereicht das ist super das ist sehr schön jetzt brauche ich nur noch einen Klotz für oben drin und da mache ich glaube ich Cobblestone Slaps Cobblestone Halbsteine na so ich habe keine Axt mehr das ist doof boff so Dach ist doof jetzt können wir damit beginnen das Haus unterirdisch zu bauen weil wie ihr wenn ihr in den letzten Folgen auch geguckt habt wisst ihr dass ich das Haus weiter unterirdisch bauen werde weil 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 ich überirdisch überhaupt keine Baukunst habe und unterirdisch ich einfach alles mal voll klatschen kann und am Ende doch noch ein geiles Haus rauskommt weil das einfach dann immer ein riesiges sonst das ist so wo ich auch immer auf Bergen baue na kommt noch ein Hühnchen ja super ok das reicht erstmal haben wir schon genug Eisen für den Hopper ich weiß nicht war das so ne wie macht man denn einen Hopper scheiße Moment das will ich jetzt wissen da wir eh schon kurz vorm Ende der Folge sind mache ich das hier auch nochmal rein und double jetzt hier auch noch ein bisschen rum nein ich baue jetzt hier den Weg wo braucht man das denn hier das können wir noch hier mitten in die Mitte bauen ist das hier die Mitte das ist die Mitte ja gut dann bauen wir hier einen Pfahl nach oben Moment wo ist das da na so das sieht scheiße aus das ist nicht schlimm doch ist es ähm tausche mir das mal kurz aus hier ich sollte vielleicht die nächsten Folgen mit Zoomfenster aufnehmen weil dann noch keine Idioten von draußen rein rufen können ja nein vielleicht ja doch ich glaube ich mache das in den nächsten Aufnahmen das fällt jetzt dazu sonst kommen wir hier nicht voran äh und da fällt mir auf ich baue mich runter ohne irgendwas mitzunehmen toll gemacht toll toll gemacht super so und jetzt werde ich mal gerade googeln weil mein Handy ist jetzt nämlich gerade in meiner Hand äh so äh hopper minecraft so 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 ich baue keine Leiter ich baue eine Treppe runter hab ich mir halt kurzfristig überlegt und das wird auch noch so einige Male passieren dass ich mich mitten in mitten in irgendwas drinnen dann einfach mal umentscheide auf was anderes das wird noch mehr als nur dieses eine Mal passieren und dann fallen mir teilweise noch bessere Sachen ein ähm die ich dann auch machen werde zack so und so gut dann machen wir die Treppe runter machen wir die drei breit machen wir die zwei breit machen wir drei breit und dann machen wir die gänge nämlich auch drei breit machen wir die Treppe ab hier so 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 da hat sich die Seite aufgebaut und jetzt können wir gleich gucken wie man die baut so jetzt versucht zwei jetzt ist meine Mutter wieder da gewesen jetzt ist sie wieder gegangen toll jetzt darf ich das auch wieder rausschneiden jetzt habe ich jetzt habe ich zwei ahhh ahhh so jetzt darf ich noch ein bisschen mehr überziehen toll tolle Nummer Janik machst du super ja so ähm wir bauen jetzt mal gerade ein kleines bisschen Hühnchenfarm weil ich mich ganz gerne ein paar Eier hätte oh Gott das war ein echt das war ein echt beschissen das war ein echt beschissener Satz wir bauen eine Hühnchenfarm damit ich mal ein paar Eier habe mhm toll machst du super äh 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 ich brauche eine Kiste nochmal ich habe keine Kiste mehr drin dann muss ich noch eine Kiste bauen dann baue ich jetzt eine Kiste nein hör doch auf mit der Scheiße so und jetzt habe ich keine Ahnung mehr wie lange die Folge ist deswegen höre ich jetzt gleich einfach auf weil Scham uns überziehen geht nicht immer so jetzt können wir das hier so 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 äh 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 halbstein und den Halbstein da drauf da kommen die noch nicht durch oder ich hoffe nicht das war jetzt echt das war jetzt die das war jetzt der der Clou des Jahres na gut dann haben wir jetzt mit dem Kack jetzt hier auf so mal wieder umdrehen auf mich selbst das haben wir geschafft das Dach das da und äh Moment äh das da äh ja nein damit war es das dann erstmal für diese Folge ich darf viel schneiden weil meine Mutter mehr mit dran kam toll und ja damit würde ich sagen sehen wir uns hören wir uns hören wir uns in der nächsten Folge